Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights in den aktuellen S04 News. Es ist die große Frage, warum gab es Elfmeter für Werder Bremen, warum hat Schalke deswegen das Spiel nicht gewonnen? Diese Frage wird nicht mehr gescheit beantwortet werden, aber ich habe jetzt nochmal einen Kommentar gefunden, der diese ganze Situation auch mit der Aufarbeitung des DFBs perfekt zusammenfasst. Denn als ob der Witz Elfmeter für Bremen gegen Schalke nicht schon schlimm genug gewesen wäre in Sachen Aufarbeitung. Aufarbeitung setzt der DFB noch eine weitere Peinlichkeit oben drauf. Am Tag nach der Lachnummer gehen die Schiri-Bosse auf Tauchstation, mal wieder. Die Taktik nach Kreisliga-Fehlern ihrer Schiris ist immer die gleiche, aussitzen, am besten gar nicht äußern. In regelmäßigen Workshops zwischen den Schiri-Bossen und Journalisten predigen und loben Schiri-Chef Lutz Fröhlich und Videoboss Jochen Drees immer wieder mühlenartig den tollen, wichtigen und respektvollen gegenseitigen Austausch. Doch wenn es darauf ankommt, schweigen an allen Fronten. Und dieses Muster ist leider schon länger zu erkennen. Anrufe werden nicht beantwortet, Rückruf bitten, ignoriert. Die Austauschriffe kommen so zu fast. Die Zeit könnte man sich als Journalist sparen, wenn es so läuft. Und Witz Elfmeter, Referee Tobias Stieler, der lässt sein Handy am Tag nach dem Mega-Grupp einfach mal komplett aus. Sicher ist sicher. Und dabei geht es ja auch anders. Charakterschiedster wie Ex-Referee Manuel Gräfe oder auch Dennis Eytekin, zuletzt ja bei der gelb-roten Karte für Dortmund Stahoud, machen das, was die Öffentlichkeit zu Recht von ihnen erwarten darf. Sie bezogen und beziehen Stellung zu zweifelhaften Entscheidungen und Fehlern. Aber ein bisschen Verständnis muss man wohl haben. Für Stieler wäre das dann eine fasche wöchentliche und obligatorische Veranstaltung. Sonntagnachmittag wurde dann der Druck auf die Schiri-Bosse aufgrund von der Nachfragen doch wohl zu groß. Sie veröffentlichen ein Interview auf der Homepage des DFB. Wichtig, Interview in Anführungszeichen. Denn es war bezeichnend. Weder fröhlich noch Drehs lassen sich zitieren. Alle Antworten auf die Fragen gibt die sportlich leitende Elite-SchiedsrichterInnen. Ob die Damen und Herren diese Antworten wohl im Chor gesungen haben, immerhin. Es wurde brav gegendert. Das ist natürlich wichtig. Auch wenn es in diesem Pseud-Unterview eingeräumt wird, dass sich wieder Schiri Christian Dangard besser nicht eingemischt hätte. Es fehlt ein Aspekt komplett. Mit keinem Wort erwähnt die sportliche Leitung der Elite-SchiedsrichterInnen, dass FIFA-Schiri Stieler sich die Szenen in Bremen selbst minutenlang am Monitor angeschaut hatte. Dann zur Erkenntnis gekommen war, es sei ein Elfmeter. Keine Kritik an ihm und seiner unglaublichen falschen Einschätzung. Nur ob er er dann natürlich besser geschwiegen hätte. Und genau das ist der eigentliche Skandal. Stieler gilt zumindest offiziell. Also einer der besten Referees in Deutschland. Und wenn er der Meinung ist, dass in Bremen sein Elfmeter, dann gute Nacht. So also der Kommentar zu diesem Vorfall und vor allen Dingen auch zur Aufarbeitung. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Kommentar, weil es sehr, sehr viel aussagt, was einfach auch faktisch da ist. Die Aufarbeitung des DFBs, es bringt niemandem was, diese Antworten, weil es einfach nur dummes der Hellgeschwafel ist, was kein Mensch braucht. Es hat es wirklich nicht besser gemacht. Und man fragt sich immer noch, was hat Stieler da gesehen, was wir immer noch nicht gesehen haben. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.